Let's go! Dann starten wir mal die Runde mit den Ziehungen. Ich bin... Oh, was? Was? Hä? Hä? Holy! Ich hatte nur eine Zehner Ziehung gehabt. Eine Zehner Pity. Oh mein Gott! LOL! 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 Ich hab... LOL! Gleich mal erstmal ein Fünfer mit Gitcheek. Oh, Alter, ich dachte schon, Alter. Herzinfarkten pur gerade. Nochmal Jan Fall. Wäre so wild, Alter. Aber krank. Schon ein Fünferstern. Ich hatte nur eine Zehner Pity gehabt. Erste Waifu. Also, Leute. Ich hab 50-50 verloren. Das heißt, das Ergebnis ist nein, leider. Also, die Leute, die gewonnen haben. Aber wir machen noch eine Wette. Ne? Ihr habt jetzt... Ihr könnt jetzt nochmal wetten. Ah. Erstmal let's go. Weck mal. Ein Racer ist verlaufen. Ja, das kann auch passieren. So, Leute. Jetzt nochmal. Diesmal... Ah, nee. Wir machen jetzt gar keine Wette, weil das ja 100% ist. Das ist ja eh 100%. Daher... Alles gut. Jetzt muss ich's ziehen nochmal. Okay. Das heißt, ich krieg die Waffe nicht. Ich krieg die Waffe nicht. Oh. Das wird lustig. Alter. Ich dachte schon. Ich dachte so, was ist hier los? Alter, schon mal erst ein Fünfer-Szena und habt schon einen Fünfer-Stern hier. Ey, what the hell? Ey, schon wieder Barbara. Alter. Ich seh schon jetzt schon, dass ich die nicht bekomme. Ach, du Scheiße. Oh, Mann, ey. Warum passiert nur mir so was? Ich wusste, dass ich 50-50 verliere. Aber gut, dass ich sehr viel gespart habe. Dieses Gefühl, wenn man poolt, oder? Ey, das ist einfach unglaublich. Ich hab einfach mal Ge-Ching einfach bekommen. Okay. Eigentlich müsste es jetzt kommen. Hä? Der kommt nicht? Hä? Ich war bei 120. Hä? 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 Inkelen Resin, Dankeschön für die 5 Subs. Dankeschön. Ja, let's go. Ich stehe jetzt auf und tanze erstmal für Ge-Ching. Anscheinend mag Inkelen Resin. Dankeschön Inkelen Resin für den geschenkten Sub. Vielen, vielen Dank. Also die Leute, die Leute das nicht wissen. Bei mir gibt's immer auch Dance, wenn ich hier 5 Subs bekomme. Dann fangen wir mal an, oder? Ja, let's do it. No, 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 no. So, dann stehe ich auf und tanze für euch jetzt. Musse gerade eben für meine lieben Freunde und Freundin gerade das Handy geben. Und dann stehe ich auf. Dankeschön Inkelen Resin für die 5 Subs. Und einmal Hashtag Ehre für die Liebe Inkelen Resin. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, dann stehe ich mal auf. Let's go. Ah ja, stimmt. Ihr habt ja noch nie mal die neuen Lieder gehört, ne? Oh mein Gott. Es gibt wieder neue Lieder für euch. Ich habe ja neue Lieder rausgesucht für euch. Das wird lustig. Das wird spannend. Ach nee, warte mal. Wir machen mal wieder Jong-Li Lieder, oder? Wir machen wieder Jong-Li Lieder, oder? Oder wollt ihr gerne das neue Lied hören? Ja, ich gehe jetzt mal. Ich schmeiße euch mal geile Lieder rein. Let's go. Was Neues. Was Neues. Was Neues. Was Neues. Wild, aber wild. Ich kann nicht mehr. So. Auf geht's. Ja, die Leute das noch nicht wissen. Ich tanze immer, wenn ich 5 Subs in meinen Stream bekomme. Dann kriegt ihr immer einen Tanz von mir. Daher. So, dann machen wir weiter, Leute. Dann ziehen wir mal. Jetzt muss Glück, jetzt müssen wir eigentlich jetzt einen Heart Pity bekommen, oder? Eigentlich müsste es jetzt ein Z5er kommen. Siehst du? Da kommt er. Oh, ich hab gedacht jetzt schon. Spannung pur, Leute. Ho, yo, wirst. Let's go, komm. Let's go, woo, 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 woo. Yeah, lad, let's go. Sehr schön. Oh, jetzt wird es schwer sein. Ey, wie stark. Wie stark. So, ich geh jetzt antizyklisch. Ich geh antizyklisch, Leute. Ich geh antizyklisch. Und ich mach eine Wette für euch an. Und ich mach eine Wette für euch an. Let's go. Ich geh jetzt antizyklisch. Ich geh jetzt antizyklisch. Ich geh jetzt antizyklisch. Und ich geh jetzt antizyklisch. Und danach geh ich danach, so wenn ich noch mehr irgendwie gebetet habe, zieh ich dann das. So, ihr könnt wetten, Leute. Ihr könnt mitwetten jetzt. Und dann starten wir gleich. Ich bin schon richtig gespannt. Let's go, come on. Ja, die Musik ist Legende, ne? Keiner glaubt dran. Tony, du musst es schaffen. Ja, ich schaffe es. Es wäre egal, was alle anderen sagen. Guck mal, ich habe gerade eben 50-50 verloren. Und danach musste ich ja wieder ziehen. Aber zum Glück habe ich noch 45 noch extra. Und danach nochmal extra nochmal 10er-Ziehung. Ja? Puh. Was glaubt ihr? Bekomme ich hier meinen oder nicht? Boah. Es hat 22.000 mit 22.000 Kuhn. Er sagt, nein. Und die anderen sagen, ja. Was wäre denn, wenn ich das doch bekomme? Was wäre denn, wenn ich das doch bekomme? Leute. Wer weiß. Ich habe vielleicht Luck. Kann ja auch sein. So, meine Lieben. Dann ziehe ich mal. Es startet gleich. 3, 2, 1. Let's go. Auf geht's. Kommt schon. Give me. Hm. Opferbogen. Auch nicht schlecht. Next round. 2 Opfer-Schwert. Okay. Okay. Was geht denn hier ab? Leute. Wir haben extra. Extra. Theo. Wir haben auch extra so. Diese Gebet. Emotes. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Aber die kriegt man nur, wenn man Zap ist, oder? Die von Zhao. Wow. Alle, die einen Zapf haben, könnt ihr ja gerne diesen Emote nutzen. Ach, das ist von Bunny. Ach, Bunny Him. Schön. Dann weiß ich ja, woher du kommst. Leute. Los. Believe it. Bitte. Glaub an mich. Ich hoffe, ich kriege das. Let's go. Ich habe noch 25 Zierungen. Oh. Ey, wie lange dauert das? Ey, mir ist richtig warm. Wisst ihr das? Mir ist richtig warm. Alter. Es waren jetzt schon 40 Zierungen jetzt. Schon wieder Opfer-Schwert? Oh mein Gott. Der liebe Zinschuh kriegt ja richtig geile Sachen. So, wir haben hier noch was. Ich werde mal Nummer 5, 4 mitnehmen. Kommt schon. 10. Eigentlich müsste jetzt was kommen. Immer noch nicht. Okay. 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 Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also, Jao kriege ich auf jeden Fall nicht. Aber vielleicht eine Waffe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das spannend. Schauen wir mal, was passiert. Das sind die allerletzten Zierungen jetzt. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Noch 2. 3, 2, 1. Oh, warum wir bis zum letzten? Was ist hier los? Was ist hier los? 3, 2, 1. Go. Komm schon. Oh. Muss ich hier kacken gehen, dass ich das bekomme? Oh, schade. Oh. Warum? 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 Ich hab heute extra noch hier die Sache geholt. Mann, oh. Dann nimmst du es alles hier. Gucken wir mal. Ich hatte eine Nuller-Pity. Ich hatte eine Nuller-Pity. Ich hab jetzt insgesamt, wie viel sind das jetzt? 5,50 drinne. Ey, ich schwöre, das FBI stimmt gleich. Den PC und ich klatsch wie Hoyo eine. Ich hab 5,50. Das heißt, nach der nächsten 10er-Ziehung würde ich jetzt einen 5er bekommen. Werde ich jetzt schwach? Nein. Aber warte mal. Warte mal. Leute. Ich habe noch. Ich habe noch einen Assemärmel. Wisst ihr warum? Ich habe hier noch was. 600. Let's go. Ich hatte noch was im Assemärmel. Wo ich gerade gedacht habe. Schöpfungskristalle habe ich noch. Das sind die letzten. Das sind wirklich die aller, allerletzten. Ich habe gar nichts mehr. So, let's go. 3, 2, 1. Okay. 56. Let's rail. 57. Ja. Wie, liebe Latze. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeiten kommen, ist ja. Glaubt dran. Es sind noch 2 Ziehungen. Noch 2 Ziehungen. Das ist die letzte jetzt. Das ist wirklich die aller, allerletzte Ziehung. 3, 2, 1. Schade. Ich hatte so die allerletzten Ziehungen gehabt. Und dann kommt das noch nicht mal. Mann. Es sind wirklich nur noch, es sind nur noch ein bisschen, nur noch ganz, ganz wenig. Ich habe gar nichts mehr. Aber dafür habe ich hier Jelan und Giching gehabt. Was habe ich jetzt Giching eigentlich? Giching C1. Sehr schön. Und jetzt kommt jetzt die liebe Jelan. Mega gut. Die Jelan ist da. Bühnen. Ja.